Gegen einen Baum prallte heute ein Mercedes Kombi auf der L590 zwischen Schwanheim und Eberbach. Der Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskehre geradeaus in den angrenzenden Waldbereich gefahren. Er wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Untertitelung des ZDF, 2020